Hallo liebe Zuschauer. Heute haben wir ein Video für Sie, das Sie auf eine unvergessliche Reise in die Kriegsgeschichte mitnehmen wird. Wir sind hier, um Ihnen einen Riesen vorzustellen, der mit Deutschlands einzigartigem Ingenieurswissen entstanden ist und auf dem Schlachtfeld Angst und Schrecken verbreitet hat. Ich werde Ihnen den Ferdinand vorstellen, den größten und mächtigsten Panzerjäger, den die Deutschen im Zweiten Weltkrieg produziert haben. Die Geschichte, dieses großartigen gepanzerten Fahrzeugs, wird Sie tief berühren und Sie mit Spannung durch die staubigen Seiten der Geschichte führen. Aber begnügen Sie sich nicht nur mit dem Anschauen des Einführungsteils, denn das ganze Video wartet auf Sie, um die Geheimnisse dieses starken und beeindruckenden Fahrzeugs zu entdecken. Kommen Sie, lassen Sie uns gemeinsam eine unvergessliche Reise in die geheimnisvolle Welt des Ferdinand-Panzerjägers unternehmen. Panzerwahn eine der gefürchtetsten Technologien auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs und die Deutschen bemühten sich sehr, diese Technologie zu verbessern. Bei der Entwicklung von Panzern traten die Länder in einen Wettlauf um die Vorherrschaft in der Panzertechnologie ein. Wenn wir uns die Kampfgeschichte ansehen, sehen wir, dass für jede entwickelte Technologie auch Gegenmaßnahmen entwickelt wurden. So wurden auch Panzerjäger entwickelt, um die Panzer zu stoppen. Diese gepanzerten Fahrzeuge, die auf den ersten Blick wie ein normaler Panzer aussehen, nahmen auch am Wettlauf um die Entwicklung teil, als der Zweite Weltkrieg weiterging. Als Ergebnis wurde der Panzerjäger Tiger P. Ferdinand-Panzerjäger, ein riesiger Panzerjäger, von den Deutschen produziert. Das gepanzerte Fahrzeug, das unter dem Namen Elefant bekannt ist, sieht aus wie eine andere Version des Tigerpanzers. Der Ferdinand-Panzerjäger war keine von Grund auf neu entwickelte Technologie. Er wurde produziert, um die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. Der Ferdinand-Panzerjäger war ein riesiges gepanzertes Fahrzeug, das die Deutschen produzierten, um die Möglichkeiten, die sie hatten, zu nutzen. Er konnte mit seiner 88 mm kanonefeindliche Panzer leicht zerstören, aber er war ein Fahrzeug mit geringer Beweglichkeit, unzureichender Panzerung und schmalem Sichtfeld. Die Geschichte des Ferdinand-Jägers beginnt genau in der Entwurfsphase des Tigerpanzers. Die Deutschen starteten das Tigerpanzerprogramm, um die gewaltige Wirkung der 88 mm Kanonen in gepanzerte Fahrzeuge zu integrieren. Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten blieben die Entwürfe der Henschel- und Porsche-Firmen im Finale. Der Prototyp der Porsche-Firma hatte ein einzigartiges Design unter den bis dahin gebauten Panzern. Im Gegensatz zum Turm in der Mitte des Fahrgestells befand sich der Turm von Porsche im vorderen Teil des Fahrgestells. Die größte Innovation war der Motor. Er sollte einen benzinbetriebenen Zwillingsmotor haben, und die Motoren würden beim Laufen zwei Generatoren mit Strom versorgen. Diese beiden Generatoren würden dann separat Strom an die Ketten liefern. Dieses System endet dem, was wir in deutschen U-Booten sehen. Wenn Sie fragen, warum Porsche so etwas getan hat, dann war es, weil ein solches System eine enorme Kraftstoffeinsparung ermöglichen würde. Ein ähnliches System ermöglicht es auch den U-Booten, lange Zeit auf sie zu bleiben, ohne dass der Kraftstoff ausgeht. Aber die Anwendung dieses Systems auf Panzer war sehr innovativ und die Reparatur von Problemen, die auftreten würden, war sehr kompliziert für eine langsame Maschine. Ein weiterer wichtiger Faktor war, dass viel Kupfer verwendet werden musste, das zu dieser Zeit sehr wertvoll war. Porsche war so zuversichtlich in sein Design, dass er 100 Fahrgestelle produziert hatte, bevor der Vertrag unterzeichnet wurde. Aber die deutsche Regierung gab dem einfacheren und leichter zu produzierenden Design von Henschel grünes Licht. Dabei spielte auch eine Rolle, dass Porsches Design ausfiel, als die Prototypen vor Hitlers Augen gebracht wurden. Porsche hatte 100 Fahrgestelle produziert, die auch Motor und Turm hatten. Das heißt, es gab zehn fertige Panzer. Nach der Niederlage von Stalingrad waren die Deutschen theoretisch von der Angriffs- zur Verteidigungsposition übergegangen. Außerdem verloren sie in der Schlacht von Stalingrad viele Panzer und brauchten einen schweren Panzerjäger, um den vielen von den Sowjets produzierten Panzern entgegenzuwirken. Hier entwickelte die deutsche Regierung eine kluge Strategie. Die bereits vorhandenen 90 Tiger-Porsche-Fahrgestelle sollten in schwere Panzerjäger umgewandelt werden. Im Turm sollte die bewährte 88 mm PAK-43 Antipanzergeschütz verwendet werden. Die Kanone im Tigerpanzer war eine KVK-Kanone. Obwohl die Kaliber der abgefeuerten Geschosse gleich waren, gab es Unterschiede in der Funktionsweise der Kanone. Auf die Kanone sollte auch eine dicke Panzerung montiert werden. So wurde der Ferdinand-Panzerjäger geboren. Der Name Ferdinand stammt vom Gründer der Porsche-Firma, dem Automobil-Ingenieur Professor Ferdinand Porsche. Wie wir in vielen unserer Technologie-Videos erwähnt haben, hatten die Deutschen auch die Tradition, gepanzerten Fahrzeugennamen von wilden Tieren zu geben. Dieser Panzerjäger wurde später auch Elefant genannt. Sein Name im Inventar war SDK FZ 184. Der Ferdinand-Panzerjäger wurde erstmals in der Schlacht von Kursk eingesetzt und 89 von ihnen nahmen am Kampf teil. Ein Tiger-Porsche-Panzer wurde auch dem Kommandeur der Einheit gegeben. Er bewies schon in den ersten Tagen der Schlacht, dass er ein großartiger Panzerjäger war. Er konnte die T-34-Panzer, die die Sowjets in großer Zahl hatten, aus einer Entfernung von drei Kilometern leicht mit einem Schuss zerstören. Vor allem die flachen und offenen Gebiete, in denen die Schlacht von Kursk stattfand, waren eine perfekte Umgebung für den Ferdinand-Panzerjäger. Während der Schlacht von Kursk verlor das mit Ferdinands ausgestattete 653. Panzerjägerbataillon 13 Ferdinands. Im Gegenzug wurden laut Berichten 320 sowjetische Panzer zerstört. Viele dieser 13 Ferdinands waren nicht durch feindliches Feuer, sondern durch mechanische Ausfälle kampfunfähig geworden. Es gab sowieso nur sehr wenige sowjetische Technologien, die die Panzerung des Ferdinands auf dem Boden durchdringen konnten. Denn die Rumpf- und Obertanzerung war 200 Millimeter dick. An den Seiten hatte er eine 80 Millimeter Panzerung. Die größte Nachteil der Ferdinands war ihr enormes Gewicht. Ein Ferdinand bog etwa 65 Tonnen. Während der Tigeripanzer 57 Tonnen bog, erreichte der Königstiger ein Gewicht von 68 Tonnen. Aus diesem Grund war der Ferdinand ein langsames und sperriges Fahrzeug. Dies führte nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in logistischer Hinsicht zu Problemen. Insbesondere die Reparatur der abgelösten Ketten bei einer Minenexplosion war äußerst schwierig. Auch die Behebung mechanischer Defekte war eine langwierige und mühsame Aufgabe. Daher sahen sich die Besatzungen oft gezwungen, den Ferdinand aufzugeben. Dies galt auch für Tiger- und Königstigerpanzer. Zur Unterstützung bei der Bergung und Reparatur deutscher gepanzerter Fahrzeuge verwendeten die Deutschen damals den Bergepanzer IV, der jedoch für schwere Fahrzeuge nicht ausreichte. Um einen Tigerpanzer zu bergen, waren beispielsweise drei Bergepanzer erforderlich. Um einen Ferdinand zu bergen, mussten sogar fünf Bergepanzer hintereinander geschaltet werden. Die ersten Ferdinand-Modelle hatten noch ein weiteres Problem. Obwohl es für mich unverständlich ist, wurde in den frühen Ferdinands kein Maschinengewehr eingebaut. Dies erleichterte das Eindringen von Infanterie in das Fahrzeug. Bei der Schlacht von Kursk hatten Soldaten Molotow-Cocktails und Handgranaten eingesetzt, um die Besatzungen eines Ferdinands außer Gefecht zu setzen. Nach der Schlacht von Kursk wurden die zurückgezogenen Ferdinands in die Produktionsfabriken in Österreich gebracht und einige Verbesserungen an den Fahrzeugen vorgenommen. Ein Maschinengewehr vom Typ MG 34 wurde im vorderen Bereich installiert. Außerdem wurde für eine bessere Sicht ein verbessertes Zielfernrohr auf dem Kommandoturm angebracht. Zur Vermeidung von Haftminen wurde das Fahrzeug mit Zimmerit beschichtet. Dadurch wurde der Ferdinand jedoch noch schwerer. So wurden insgesamt 50 aktualisierte Ferdinands aus den Fabriken ausgeliefert und am 1. Mai 1944 wurde angeordnet, dass der Name Ferdinand entfernt und diese Panzer fortan unter dem Namen Elefant verwendet werden sollten. Der Name Ferdinand wurde vollständig verboten. Obwohl in einigen Quellen behauptet wird, dass diese Änderung erfolgte, um dem Feind die Angst vor einer neuen deutschen Technologie zu vermitteln, war diese Anordnung rein administrativer Natur. Aufgrund der Schwierigkeiten bei Rettungsarbeiten wurden drei von ihnen in Bergepanzerelefant umbenannt und zu Bergungsfahrzeugen umgewandelt. Wenn wir uns die von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg produzierten Panzerjäger ansehen, hat der Ferdinand einen Feindvernichtungsanteil von 1 zu 10 erreicht. Wenn wir die Sturmgeschütze außer Acht lassen, die nicht direkt als Panzerjäger konzipiert waren, zeigt uns dieses Verhältnis, dass der Ferdinand der erfolgreichste Panzerjäger in der deutschen Armee war. Natürlich spielten dabei die dicke Panzerung und die starke Kanone die wichtigste Rolle. Nach der Schlacht von Kursk begingen die Deutschen jedoch einen großen strategischen Fehler, indem sie die Ferdinands nach Italien schickten. Aufgrund ihrer sperrigen Natur waren die Ferdinands in den bergigen und engen Straßen Italiens äußerst ineffektiv. Aufgrund ihres Gewichts konnten sie zudem viele Brücken nicht überqueren und hatten große Schwierigkeiten, ihre Einsatzgebiete zu erreichen. Die meisten Ferdinands, die in Italien eingesetzt wurden, wurden nicht vom Feind zerstört, sondern mussten aufgrund von Defekten aufgegeben und von der Besatzung zerstört werden, um nicht in die Hände des Feindes zu fallen. Nach dem Misserfolg in Italien wurden die verbliebenen intakten Ferdinands erneut an die effektive Ostfront geschickt. Sie nahmen an der sowjetischen Weichseloffensive im Januar 1945 und der Schlacht um Berlin teil. Der Ferdinand-Panzerjäger, der bis heute in gutem Zustand erhalten geblieben ist, hat einen einzigartigen Platz in der Kriegsgeschichte. Einer der beiden Ferdinand-Panzerjäger ist die Version, die von den Sowjets während der Schlacht von Kursk erbeutet wurde und im Kubinka-Panzermuseum ausgestellt ist. Der andere Ferdinand ist ein Beispiel, das von den Amerikanern in der Anzio-Region Italiens erbeutet wurde und in der Fort Lee Army Ammunition Training Support Facility in Virginia zu sehen ist. Wenn wir uns die technischen Spezifikationen anschauen, sehen wir, dass der Ferdinand-Panzerjäger eine beeindruckende Konstruktion hatte. Dieses deutsche Fahrzeug wog 65 Tonnen, hatte eine Breite von 3,38 m, eine Höhe von 2,97 m und eine Länge von 8,14 m. Das Fahrzeug wurde von einer Besatzung von insgesamt sechs Personen, bestehend aus Fahrer, Funker, Kommandant, Kanonier und zwei Ladeschützen, bedient. Der Ferdinand hatte einen riesigen Treibstofftank von 950 Litern und eine Reichweite von 150 km auf einer geraden Straße und 90 km im Gelände. Die maximale Geschwindigkeit betrug 30 km pro Stunde. Das Fahrzeug hatte einen festen Turm und die Kanone konnte sich um 28 Grad drehen, sich um 8 Grad senken und um 14 Grad anheben. Der Ferdinand-Panzerjäger nahm einen bedeutenden Platz in der Kriegsgeschichte ein und repräsentierte ein herausragendes Beispiel für deutsche Ingenieurskunst. Dieses massive gepanzerte Fahrzeug wurde effektiv auf dem Schlachtfeld eingesetzt und war eine beängstigende Macht, die Angst in den feindlichen Panzern verbreitete. Der Ferdinand spielte eine wichtige Rolle in der deutschen Panzerjäger-Doktrin und war einer der Faktoren, die den Verlauf des Krieges beeinflussten. Heutzutage bewahren diese seltenen Exemplare die Erinnerungen aus der Tiefe der Geschichte und präsentieren den Menschen schmerzliche Erinnerungen an den Krieg. Freunde, heute habe ich euch den Ferdinand-Panzerjäger vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Was denkt ihr? War der Ferdinand-Panzerjäger ein erfolgreiches Projekt oder war es ein Fehler, dass die Deutschen ihre Ressourcen verschwendet haben? Teilt eure Meinungen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.